Kurz vor dem Release von iOS 17 Beta am kommenden Montag für Entwickler hat Apple nun noch iOS 16.6 Beta 2 veröffentlicht und in diesem Video schauen wir uns einmal alle Neuerungen und Änderungen in dieser Version etwas genauer an. Wenn du übrigens in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu iOS Beta Versionen wie auch zu iOS 17 Beta verpassen möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro einmal iOS 16.6 Beta 2 etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bei iOS 16.6 Beta 2 handelt es sich um ein Bugfix Update, Apple wird nicht mehr allzu viele große Neuerungen oder Änderungen in diese Version integrieren, da bereits Anfang nächster Woche iOS 17 Beta für Entwickler veröffentlicht wird und daher haben wir hier keine wirklich sichtbaren Neuerungen und Änderungen, sondern hauptsächlich einige Fehlerbehebungen. Das größte Feature in iOS 16.6 wird Content Key Verification und damit kann man eben sehen, ob die Person mit der man schreibt hier ein registriertes Gerät hat oder eben ein nicht registriertes bzw. unbekanntes Gerät und da wird einem dann hier eine Fehlermeldung angezeigt und diese neue Funktion wurde eben im Code mit iOS 16.6 erkannt und soll wohl auch mit dieser Version offiziell erscheinen. In der ersten Beta von iOS 16.6 konnte man noch innerhalb der Einstellung nach Content Key Verification suchen und daraufhin hat man hier auch ein Trefferergebnis bekommen, wurde dann in die iCloud bzw. Apple ID Einstellung weitergeleitet, allerdings gab es da keine konkreten Einstellungen für diese Funktionen und in der zweiten Beta hat Apple das Ganze wieder komplett entfernt, also man kann hier nicht mehr über die Suche diese Einstellungen finden, also im Endeffekt ist Apple hier einen kleinen Schritt zurückgegangen. Warum genau, ist nicht bekannt. Vielleicht wird es in Beta 3 wieder hinzugefügt und dann eventuell auch mit eigenen Einstellungen, die man dann auch entsprechend anpassen kann. Einige Bugs sind allerdings ebenfalls in iOS 16.6 Beta 2 bekannt, denn Apple hat diese in den Release Notes veröffentlicht, darunter in Apple Home und auch in Xcode, das heißt es gibt auch mit iOS 16.6 Beta 2 noch einige Fehler. Insgesamt ist das Update auf iOS 16.6 und damit auch auf iOS 16.6 Beta 2 wirklich kein Spannendes, es gibt keine großen sichtbaren Neuerungen und Änderungen und daher war es das dann auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig auf den Neuesten Stand bringen. Wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr noch weitere Funktionen gefunden haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos auch zu iOS 17 kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!